Komm mal, Brightman. Mit seiner Glübeln aufm Kopf. Oh, der hat ein Feuerwerk gemacht. Oh nein, ich hab das Licht kaputt gemacht. Ich kann nicht ... Ja, an sich wär's, glaub ich, besser, wenn ich die kaputt mache, aber ... An sich wär's logisch, die kaputt zu machen, weil die uns das Licht wegnehmen, aber die machen halt auch ... So machen die auch. Schaden der Julle. Süß, dass sie auch hochspringen können, ey. Ne, ne, ne. Oh nein. Boah, fuck. Okay. Sind wir schon mal ... So weit waren wir noch nicht. Graswipfel. Ich glaub, der transportiert uns, ne? Ja. Nee! Äh, der wollte in die andere Richtung. Lass mich in Ruhe. Ah, okay. Okay, ich dachte nicht, dass der da hochkommt. Ich dachte, der wird in den Tod springen. Ah, okay. Der schießt nur ... Hm. Ja, Julle, ist klar. Der schießt nur geradeaus. Oh, wie der Hälfte Energie nur ... Was ist das? Kreisel. Insektenkreisel. Da will ich hin. Ach so. Ach so? Nee. Kommt man denn da zu der ... zu der Energie? Hier lang, ne? Stimmt. Warum gibt's hier mehrere Wege? Was ist das denn? Sehr cool. Ui. Schön. Boah, geil! Jetzt wieder zurück, oder was? Das ist aber jetzt auch blöd. Oh, das bleibt ganz anscheinend. Oh, das ist doch voll dumm. Nee! So. Okay. Ich weiß trotzdem nicht, wie man da an das eine ... an die eine Dingspumpster drankommt. An die eine große Energie. ... Ah, hier? Das ist ja nett. Das ist ja nett. Nee. Ach, das ist doch scheiße. Da muss man, das ist doch, warum springt der denn da hoch? Warum bleibt der nicht einfach unten? Okay, again. Hello, again. Ei, ei, ei. Okay. Oh Gott. Okay, du springst jetzt aber nicht in den Abgrund. Dreh dich rum. Dankeschön. Achso. Nächstes Mal drauf achten. Oh Gott. Nö, 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 nö. Das kann da ruhig da bleiben. Brauch ich nicht. Habe ich kein Interesse dran. Okay, was kommt jetzt hier auf uns zu? Oh no. Oh no. Das hat mir zum Glück ja eben schon mal Training dran. Okay. Oh Gott. Ich bin weg. Okay. Das erste Mal, dass wir einen Boss sehen. Wie viel Leben haben wir noch? Null. Aber wir haben zwei Energietanks. Das heißt, die werden gespeichert, wenn wir Game Over gehen. Das ist schön. Aber ich versuche, den jetzt kaputt zu kriegen mit zwei Energietanks. Okay. Das fühlt sich so langsam auf, ne? Uuuh. Boah, das zieht einfach so gar nichts ab, ne? Scheiße. Ja, Energietanks, total verpeilt, ey. Boah, Ficken. Aber das schreibe ich mir mal auf, weil ich denk mal, Energietanks werden wir wiederbekommen. A, B, C, D, E, F? Ja, F. Ne, das ist falsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Dann haben wir hier bei D, eins. A, zwei. A, drei. A, fünf. E, drei. Und F, fünf. Treffer versenkt. Gut. Ja, äh, Skyman, würd ich mal sagen. Und probieren wir euch einfach mal ein bisschen durch und gucken mal. Also, das Level von dem eben Grad, wo ich da war, Brightman oder wie der hieß. Oh, die Musik kenn ich. Ja. Ja. Ähm. Ähm. Also, die Stage von Brightman war okay. Aber den Boss haben wir so gar nichts abgezogen, ne? Ich hab den dazu geballert. Zu geschissen, würd ich mal sagen. Und da war so gar nichts, ne? Aber wenn das hier so bleibt, fände ich den hier ganz nice. Hm. 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 Ich muss den Kopf treffen. Ich glaub, den kann man gar nicht töten. Ich denke mal, da muss man so drüber einfach. G bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen. Äh. Nimm mal. Da ist schon wieder Bacon. Da ist schon wieder Spackrot. Aber die ist meine Rosa. Ich denke mal. Ach komm. Oh, there is a small energy. Ne, nicht mal eine small, eine große Energie sogar. Die nehmen wir doch mal mit. Warum denn nicht, ne? Okay. Ein bisschen Energie haben wir noch verloren, aber das sieht momentan gar nicht mal so schade. Oh, hallo. Ja, einen dritten Energietank nehme ich auch noch gerne. Dankeschön. Warum geht das hier hoch? Wir gehen einfach mal nach ganz oben. Wie kommt man denn da hin? Gehst du das Risiko ein? Nee, sollte ich nicht. Immer Gierhals, ne? Jule Gierhals, könnte mich jetzt nennen. Richtig gieriges Stück. Ja. Schön abgewartet. Die Musik ist gut, die gefällt mir. Ich lasse den mal da, wo er ist, den Energietank. Ist jetzt die Frage, was da unten war, was wir jetzt übersprungen haben. Falls wir überhaupt was übersprungen haben. Der Sprung gefällt mir nicht. Kriegt euch alle. Richtig. Nein! Feste ins Knie, Mann. Knie, Mann. Wir gehen mal hier unten hin und gucken mal, was hier überhaupt Sache ist. Bacon. Heute in Rot. What? Oh. Ja, den Energietank lassen wir uns noch nicht entgehen, ne? Oh. Wie viel haben wir denn jetzt? Vier? What the fuck? Gut. Ah, okay. Hier geht's gar nicht weiter. Interessant, interessant. Okay. Ich will da oben, aber nicht lang. Das ist blöd. Wie viel Leben haben wir? Null. Muss ich mir aber gleich wieder das Passwort aufschreiben, weil... Vier Energietanks. Vier Energietanks sind nice. Können uns sogar noch einen fünften holen, aber nein. Jullergierhals ist heute nicht am stillen. Oh, ich mag diesen Sprung nicht. Ist blöd. So, dran denken, hier kommt ein Gehschnau. Oh. Marcel. Wenn mich auch immer noch neben mir noch aber... Da kannest.